Nicht Traitor Ich bin Eno Oder du Oho Pilz Ich bin's nicht Ich bin hier Oho Pilz Oho Pilz Bist du denn der Traitor Ich darf dich Ich finde es nie Ist doch schön, dass du dir langsam runtergefallen bist Hoffentlich hast du dabei gelitten Oh, ich hab uns weiter runtergekickt Nein, ich bin tot Alter, das sah so cool aus Oh, ich hab uns weiter runtergekickt Nein Nein, ich bin's wirklich nicht Du schwörst, auf was schwörst du, dass du's nicht bist Manu Auf deinen Tod Hä, was Ich hab dir mit der Rife den Headshot gegeben Warum schwimmst du? Das ist ein Fail, das passiert ab und zu Wer ist das da hinten? Wer schießt da? Ich mach die Tonne kaputt Du schwimmst, das nervt mich voll Alle in die Ecke Alle in die Ecke Wer schießt da? Wo? Ich schießt nicht Da hinten hab ich Schüsse gehört, auf dem Luftschiff Irgendwer hat gesniped Irgendwer hat gereifelt Aber wo? Ich hab keine Ahnung Versucht, Messer Mauer uns grad umzubringen Ja Hä, von wo kommen die Schüsse? Es ist doch Dingens Ich hab keine Ahnung Da hinten läuft sogar jemand Ist das da hinten? Ist das Mr. Mauer? Mr. Mauer? Ja, da hinten glaub ich Mr. Mauer Aber der hat ne Pistole in der Hand Ja, aber woher kam der Rife? W-w-w-w-w sind wir irgendwie im Merten? Ne, das ist Mr. Mauer schon Der sammelt gleich Ok, jetzt sind wir hier Mordalo zieht mich komisch an Mordalo zieht mich komisch an Mordalo zieht mich komisch an Hey, ich steh doch die ganze Zeit hier Was willst du von mir? Ich bin doch nur eine Meerjungfrau Ich bin doch nur eine Meerjungfrau Das sieht so bescheuert aus Ist er da oben? Nein Da läuft er Kann er dir mal töten? Alter, wer ist snipert hier? Ich hab auf Mr. Mauer geschossen Weil er die ganze Zeit rumverlattet und uns stört Nein, hör auf ihn zu töten Mich? Nein, er wollte ihn Er wollte grad Mr. Mauer töten Was? Ja, wollte ich auch Ja, schieß drauf Mauer, komm Wo ist er denn? Ich bin gerne mit drauf Da oben auf dem Turm Schießen wir gleichzeitig, komm Ich töte ihn jetzt einfach Ist mir doch egal Schieß du auch mit dem Mauer geschossen Hast du geschossen? Wer ist da unten? Wer hat er grad geschossen? Ich sehe Ich hab wo denn? Wo ist er denn? Ich hab nicht geschossen Doch, du hast eine Schrotflinte Ich schieß doch gar nicht Ich hab auch eine Schrotflinte, aber ich weiß überhaupt nicht wo der sein soll Ich hab einen Seemordane Ich schieße es auch nicht, hä? Er wird uns nicht Ist er da unsichtbar? Leute Was? Hä, vor allem wie nah Wer schieß denn da? Also ich hör nur ne Schrotflinte Hä, der unten ist er auch nicht Ich hör auch den ganzen Schrotflinte Zombie? Jetzt hör wieder einen Sniper Hau auf mit der Reife zu schießen Was? Ich schieß nicht mit der Reife Das ist ja die Sache Hä? Ja Ah, das ist das Radio Ist klar Der hat ein Radio unter dem Teil hingestellt Wo? Wie geil ist das denn? Der hat das Radio dahin gemacht Weil er vorhin gemeint hab Guck ich schieß nicht und dann hat er trotzdem Dann hat es plötzlich das Geräusch gemacht Im perfekten Moment Zivier, zivier Dann ist Rotpilz Rotpilz Ganz eindeutig Er ist der einzige mit einer Schrotflinte Und er schießt auf mich Und ich treff nicht Schießt auf Rotpilz Redshot, haha Er schießt Oh! 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 Das ist schlecht! Tom, ey! Rotpilz! Hör, was? Was? Was ist? Ich will die ganze Zeit Schüsse Ja, der Rotpilz schießt auf mich Ich schießt überhaupt nicht auf dich Na klar schießt du auf mich Ich bin bei Manu Hä? Bist du gar nicht? Doch, klar bin ich bei dir Nein, bist du nicht? Bei mir ist gar keiner Bist du sicher? Ich seh dich auf jeden Fall Alter, ich seh dich sicher um Zwei Leute Ja, schießt auf mich Er hat seinen Arm verschwinden lassen Oh Gott, ja das ist jetzt irgendwie kacke Das war Ja Nein! Scheiße! Tja Oh mein Gott Was? Oh ha ha Gibt's auf der Map hier überhaupt eine Mini-O-C-E? Ich hab hier noch nie eine Mini-O-C-E gesehen auf der Map So steht das alles kaputt Alter Hey du warst da vorher weggefahren More game Mr. Moor, Mr. Moor Ich hätte dich gerade töten können Habs aber nicht getan Nicht getan Guck mal mal da du, das unlogisch ist das Spiel überhaupt, guck her. I found a dead body. ILP? Ja. Are you there? Ja. Wer lebt denn noch? Anscheinend nur noch du. Oh, ich doch. Ja, richtig. Nein, ich hab nachgeladen. Ja, ich bin schlecht im Ziel. Ja, I'm the king man. Wer schießt da? Ich hab nur die Fester kaputt geschossen. Genau wie das da drüben schießt, auch noch kaputt, zack. Mordado, geh ins Fass. Hier, wo es explodiert ist. Hier du auch deinen Rotpilz. Pack das Item weg, pack das Item weg. Ihr willst aber da oben drauf liegen. Ja, jetzt? Okay. Zombie? Ja? Kommen Sie rein. Okay. Ich hab grad noch ne Waffe gesucht, sorry. Ich hab nicht zu befürchten, ich will Manu nicht umbringen, deswegen holster ich. Ich hab irgendwie Angst, dass er mich gleich mit dem Fass tötet. Ja, hab ich auch. Ich hab noch nie mit dem Fass getötet, noch nie, wie macht ihr das überhaupt? Man nimmt die Sachen, dreht die Maus und lässt währenddessen los, während der Drehung. Ja genau, das hast du gerade gemacht. Guck mal, das ist übertrieben weit weg geflogen. Das muss dann nur in der Richtung von jemand machen. Also ich denk mal, das ist Zombie. Eindeutig. Ja, ich auch. Zombie oder Mr. Moor. Boah, das beleidigt der mich einfach und sagt, ich bin Traitor. Hau auf, wieso schießt ihr auf mich? Das tut weh. Weil du auf Rotpilz geschossen hast. Nein! Oh, ich muss nachladen. Oh. Wer machte den letzten Schuss, ey? Das wäre so geil gewesen. Warum sind wir nur sechs, Leute? Halt die Fesse, Tadde! Äh, weil die Lane auch fehlt. Da kam so ne Stelle, wo wir über den Bruder von Simon geredet haben. Und die ganze Zeit nur alle so, ja der ist auch Spaß. Alter! Alter! Alter, Rotpilz! Okay, Rotpilz. Alter, ich... Ja, hat er schon. Ja, geil. Und du denkst ja auch nur, ja okay, ist egal. Oder was? Ja, er hat mich nicht erschossen. Ich hab gedacht, ich warte mal, bis du da bist. Dann können wir das klären. Oh, Scheiße! Nein! Manu, warum tötest du mich? Äh, mach ich gar nicht. Das ist Rotpilz in meiner Gestalt. Du bist... Dann wärst du tot. Aber Rotpilz darf gar nicht lachen. Das heißt... Das heißt, Rotpilz lebt. Du hast Rotpilz weggeportet. Und dich als ihn verkleidet. Ich bin tot. Leute! Ja. Da hinten bei diesem entgleisten Zug, ne? Wo ist eigentlich Mr. Moor Game? Wo so Feuer rauskommt aus dem Einwagon. Geh da mal hin. Du hörst die ganze Zeit schreiende Menschen. Du hörst so Menschen so... Und so Frauenschreie. Da liegen auch Leichen im Tunnel. Da liegen auch Leichen im Tunnel. Das sind Zombieschreie. Hast du nie Half Life 2 gespielt? Nein. Oh, Taddle hatte keine Kindheit. Ich hab Half Life 2 auch nie gespielt. Maudadu, du bist auch noch ein Kind. Du hast noch Zeit, Maudadu. Okay. Okay. Manu schießt auf mich. Manu ist es. Du bist es. Alter. Sami, hast du mich grad umgebracht? Ja. Jetzt hast du übertrieben viel Karma abgezogen bekommen, weil ich war Detektiv. Ah, scheiße. Taddle und Morgan sind ja auch noch da. Ich dachte, wir wären die Einzigen grad auf dem Server. Ich bin bei Moor. Rotpilz ist es. Nein, Rotpilz. Nein, ist es doch nicht. Er hat aufs Fass geschossen. Okay. Taddle, Hilfe. Morgan is it. Der läuft hier gerade rum. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Warum redet er nicht? Keine Ahnung. Vielleicht wächst er gerade. Oh, das ist seine Mutter. Okay, Morgan war's. Er spielt einfach. Wie weit ist der geflogen? Ich stell mal so. Taddle, lass mal hier rein. Kannst mich ja wieder instant töten und keiner merkt es, okay? Aids und Aids. Aids und Aids. Ne, möchte ich ja nicht. Aber lass mal alle töten. Guck, ich bin nicht mehr Traited. Ach so. Ach ja, du möchtest alle töten. Ich bin Detektiv. Ja, lass mal zusammen. Lass mal zusammenschließen und alle anderen töten. Was? Okay, warte mal. Hört mir zu. Wenn einer von euch Traitor ist, ich hilf euch alle zu töten. Ich bin kein Traitor. Okay, okay. Ich will aber trotzdem alle töten. Warte. Wo seid ihr? Alter! Tötet Manu gerade alle im Haus? Ich hab Manu gerade getötet. Da. Kannst, äh, kannst wie ein Untoter dich jetzt dran senken. Ist... Äh... Äh... Maudado ist es. Ist die Leichen, Maudado. Ist die Leichen. Okay. Du sollst bitte hingehen und iss sie. Nee, das ist eklig. Ich erschieße dich nicht. Wichser! Du darfst da nichts mehr sagen, Mann. Ja, du hättest nichts mehr sagen dürfen. So, wer hätte so, dass du auf mich geschossen. Nein, geh weg. Ich kann in diesem Spiel nicht zählen. Wollte er sich hinhocksen, wollte ich dir so richtig einen Headshot geben. Problem hab ich auch immer. Zählt. Hahaha. Hahaha. So, Mann. Wie das auch... Hahaha. Was ist passiert? Man sieht einfach... Man sieht einfach... Man sieht einfach rechts auf die Seite. Warte, die Mac-10? Ja. Ja, das sah richtig geil aus. Hahaha. Ich hör auf einmal noch so'n... Brrrr. Ich guck nur zu. Hahaha. Hahaha. Alter, schaut in die Toilette. Ich saß auf der Toilette. Friedlich und dann... Ich hätt' auch mal Spaß mit Maudado, ne? Tschüss. Ey, grande tactic! Hallo, so viele Traitor, so viele Traitor. Mich herum, alle sind Traitor. Uuuuuh. Du hast doch explodiert... Du hast doch Albträumen und träumst... Immer wieder dieses eine Fass. Du hast doch Albträumen und träumst, dass alle Traitor sind. Alter... Hahaha. Er hat sich selber weggesprengt. Wer? Der Detective. Hahaha. Sicher, dass er sich selber weggesprengt hat? Ja, das sah so geil aus, Mann. Da muss der Name mal in der Aufnahme... Sag die drei heiligen Wörter. Angucken. Fo diferen! É bis already. Fi-version. ches- Definitely! Ash- � ahor,as... Wah, ha rein! Junge! 我們 noch weitereısı...